Wo kriege ich meinen nächsten Kunden her? Diese Frage stellst du dir auch öfters, nicht wahr? Eine Frage, die du dir am liebsten aus dem Kopf streichen willst. Was tust du im Moment, um neue Kunden zu gewinnen? Kalter Krise? Sind wir mal ganz ehrlich? Du hast kein gutes Gefühl dabei, unbekannte Leute anzuschreiben, um denen zu versuchen deine Leistung zu verkaufen? Eigentlich willst du nur dein Personal Training durchziehen, oder? Aber dafür brauchst du Kunden. Und wie wächst du deren Interesse? Flyer? Egal wie viele Flyer du verteilst, sie werden so gut wie gar kein Interesse an deinem Training wecken. Verlässt du dich auf Weiterempfehlungen? Streich das direkt aus deinem Kopf. Eine Weiterempfehlung ist nur ein Bonus, auf den du dich niemals verlassen darfst. Du hast bestimmt eine Homepage, sie mag auch schön sein, aber ist sie auch verkaufsorientiert gestaltet? Viele, wirklich viele machen den Fehler und machen aus ihrer Webseite ein ganzes Buch. Texte ohne Ende. Ein kurzer Fakt nebenbei. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne auf einer Homepage oder egal auf welcher Seite, beträgt in der Regel 10 Sekunden. In diesen 10 Sekunden muss das Interesse geweckt werden. Deswegen generierst du auch über deine Homepage kaum oder sogar gar keine Kunden. Ich hoffe, du verzichtest nicht auf Social Media. Denn das ist der Ort, wo sich deine potentiellen Kunden aufhalten. Facebook, LinkedIn und Instagram. Die meisten haben auf diesen Plattformen schon einen Profil. Und die meisten kriegen auch darüber keinen Einkommen rein. Wieso? Weil der Content nicht stimmt. Weil die Werbeanzeigen nicht korrekt gestaltet werden. Dein Content muss speziell auf deine Klientel angepasst sein. Ebenso die Werbeanzeige. Für dieses Jahr wurde festgestellt, dass 90% des Internetkonsums über Videos und Filme erfolgt. Videos und Filme auf deiner Homepage können die Konversionsrate um 20% erhöhen und den Aufenthalt um 90% verlängern. Hast du aber eine Landingpage und platzierst dort Videos und Filme, kannst du die Konversionsrate sogar um 80% erhöhen. Und das ist das, was ich bei dir erreichen möchte. Ich optimiere deinen Online-Auftritt. Ich produziere den richtigen Content und helfe dir durch gezielte Werbekampagnen jeden Monat neue Kunden zu bedienen. Ohne, dass du dich auf Flyer, Kalterquise oder Weiterempfehlungen verlassen musst. Wenn du Veränderungen und Fortschritte in deinem Business sehen willst, dann warte nicht bis morgen. Warte nicht bis nächste Woche. Und warte nicht bis zum nächsten Jahr. Denn die Konkurrenz tut es erst recht. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video und buche dein kostenloses Beratungsgespräch. Ich sch Ring Merk Ich rücke die Klicke jetzt für viele Fragen statt.